Jetzt sehe ich dieses Jahr wieder schneller. Also wenn Benni hat uns alle... Top 1 ist Benni. Benni? Top 2 ist Gatti. Aber die hat ja auch das schnellere Boot. Und das besser können natürlich. Und ich bin leider Platz 3. Ob das ja kein Grund sich zu schämen? Nein, wir waren 13,75 Fahne. Also ein innerorts Audi ist sie schon mal. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Das Navi möchte erstmal noch was sagen. Wurde sie nicht mehr. Es ist 10.45 Uhr. So gar nicht meine Zeit. Aber wir sind schon im Auto unterwegs. Einen haben wir schon eingesammelt. Mein Hund ist auch dabei. Achso, du meinst es den Hund. Ne, ich meinte eigentlich die Blonde. Die andere Blonde. Ich habe mich schon eingesammelt. Mein Hund ist auch dabei. Und wir fahren jetzt ein paar Tage zum Skiurlauben. Wir sammeln jetzt noch die anderen Leute gleich ein. Und treffen uns dann noch auf der Autobahn. Mit wiederum anderen Leuten. Wir sind eine relativ große Gruppe. Und ja, wie gesagt, 10.45 Uhr nicht meine Zeit. Wir fahren jetzt erstmal los. Hoffen wir kommen gut durch. Und ja, vielleicht zeigen wir euch zwischendrin schon ein paar Eindrücke. Und ansonsten sehen wir euch dann in Italien. Sehr gut. Ihr könnt sich nicht fallen, damit sie uns fangen. Und dann geht's mit der Wand. Und dann geht's mit der Wand. Ich wollte nur erwähnen. grüß doch mal alle ist der Autofocus da oder? der Scherer hat ihm die Nachricht geschrieben hier dass wir runter können ja wahrscheinlich die Sicht der Brille die Sicht der Brille ist nice ja die ist gut ne? ja irgendwas pink irgendwas heißt das das ist so fast fast neutral ne? also ich finde die Sicht ist sehr neutral so Leute wir sind jetzt hier auf dem ich hoffe ihr hört nicht wir sind jetzt auf dem Hang Hang 1 Day 1 Day 1 schaut mal die Aussicht die ist schon äh wir fallen jetzt erstmal irgendwie so 50 mal hin bis was wir können Aussicht ist mega, Wetter ist mega und jetzt gehts los jetzt checkt mal die Spiegelung in softes Brille also ich weiß nicht ob ihr das seht aber ich sehe mich hier gerade selber das ist so abgefahren ja also auf alle Fälle schaut euch mal das an hier die Berge sind der Hammer ja ich werde jetzt erstmal ein paar Runden hinfliegen wo wir hin müssen? nö aber wir fahren jetzt ein bisschen langsamer runter ja ja siehst du hier die Gonta die hochkommt ja wir fahren jetzt hier gerade ja und hier ist ja diese Geschwindigkeitsstrecke äh ja und dann ist das Brunnen auf und dort quasi hier ist die Geschwindigkeitsstrecke hört auf und wir fahren hier so vorbei ja 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 so ja das ja wir sind ja hier dieses Jahr wieder schneller ein 78 ist die aber die hat auch das schnellere Boot ja Ich bin leider Platz frei. Ob es kein Grund sich zu schämen? Nein, wir waren 13,75 km. Ein innerorts Audi ist sie schon mal. Das ist nicht so schnell, wie ich mit dem Auto fahre. Das nächste Mal nehme ich das mal auf. Zeig dir mal die Strecke. Da sind wir runtergejudelt. Hier ist die Vollgasstrecke. Wir können messen lassen. Die ist wirklich gut. Im Hotel kann man schön Gas geben. Ich denke viel schneller als jetzt. Dann schicke ich Frau und Marc mal ein Selfie zurück. Ja, wir wachsen wieder an. Neuer Schnee. Sauber. Ja. 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 Ja kurzes Zwischenupdate, wir climben jetzt hier gerade am Hill, to the top, to the top of the hill, sind nur noch 4km, 200m haben wir schon geschafft. Ich bin mal ehrlich, ich glaub wir brechen vorher ab. What? Nein, machen wir nicht. Wir wollten doch noch hier in so ein Bauden Ding. Bauden! Wir haben die 10.000km fast geschafft jetzt. Alle schon im Arsch. Ich hoffe oben gibt's was zu trinken. Hey! Aber die Aussicht ist geil. Die man jetzt hier nicht sieht. Wir sind jetzt, Sassi, das muss Sassi, der Organisator der... Sie hat gesagt, wir brechen ab! Ich hab's gesagt! Ja! Nein! Wie viele Kilometer haben wir denn geschafft, Sassi? 2,82. Aber ganz kurz, wir laufen jetzt auch mal zurück. Wir sind seit anderthalb Stunden bergauf unterwegs. Das hat auf eurer Fall richtig viel Spaß gemacht. Ja, wir laufen jetzt wieder runter. Weil wir haben nämlich jetzt gerade... Uns wurde gerade eben gesagt, dass die Bauden, wo wir eigentlich was... Was dinieren wollten. Wo wir dinieren wollten. Schön, wir haben wollte Gerrit Bull chillen. Ja, ist leider zu. So. Das heißt, es gibt auch keinen Schlitten, mit dem man runterfangen kann. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg wieder... Ja, wir wollten uns auch zu einem Schlitten holen. Weil eigentlich kannst du ja auch einen Schlitten ausleihen. Ja, das wird jetzt nichts. Jetzt haben wir einen, den wir uns alle teilen können. Ja, einen Schlitten haben wir ja. Das war ein bisschen klein. Ich meine, Sassi passt da drauf. Wir alle. Tja, aber wir nehmen es einfach... Wir machen es einfach querfeldein da runter. Ja. Ist auch nicht so verkehrt. Ich komme hier. Tja, meine Fresse. Tja, meine Fresse. Tja, da hinten. Was ist denn jetzt für eine Scheiße? So Leute, letzter Tag auf den Rang, dass sie jetzt schon wieder am Back fahren, ja, war auf alle Fälle geil, wir fahren jetzt mal noch ein paar Ründchen, ja, ich nehme euch auf alle Fälle nochmal mit, ey, guck dich mal diese geile Spielung an, ja, auf alle Fälle war mega cool und heute wird nochmal abgerissen. Ich will gerne nochmal jetzt ändern, was wir eigentlich schon in die Köpfe haben, ja, ich bin gerade drin. Du willst gerne jetzt einen Rekord brechen, ne? Ich will gerne 70 das Rekord brechen, ne, Sophie? Ja, und ich, ne, ich bin 76 von unschlagen. 76? 76,8 letztes Jahr. 76,8 muss ich unschlagen. Aber das ist jetzt das schnellere Boot. Na, wir filmen das dann mal. 77 von? Wir halten die Beweise dann mal fest. Ich werde meinen Rekord brechen. Neues Boot, neues Glück. Marc, wie war die schwarze Piste? Mega. Also die ist wirklich nicht übelgestallt. Die ist gut. Scooter? Ja, das würde ich auch was machen müssen. Ja, ich darf noch mal mitfahren, aber ich darf jetzt mal. Jetzt ist halt behalbbar. Wie viele Knochen sind noch hell geblieben? Alle hoffentlich. Ah, Krästechka, du siehst. So weit dros, der Kräck. Scheiße! Der Rolf hat gestört, ich muss bremsen. Jetzt kommt das. Oh, und so. Oh, weniger. Juhu! Hä? Scheiße, ich dachte, 89! Hä, ich sage ihm ja, wieso feiert die so? Hä? Hä, ich komme rum, ich denke alle, wieso feiert die? Ich dachte, 89! Scheiße! Sassi, Sassi, du bist lustig. Sassi ist immer für einen Gag da, finde ich. Ich muss doch, hat mich aufgesehen, dass ich gerade gefallen habe. Ich habe noch gesagt, du bist bestimmt langsamer. Alles langsamer. Wir sind mehr langsamer. Wir müssen das nach dem Essen noch mal machen. Aber ich sage, ich habe da oben was gefallen, muss ich kurz den Finger machen. Was denn los? Das stimmt niemals. Als was hier stand. Ich bin, jetzt ist noch eine Eins dran. Oh, 69! Unser Höchstens war 72... Nein, 5! 72,5! Sag wann? Ich bin ready! Das ist richtig schlecht! Was ist mit ihr los? Hey, versucht es wenigstens! Schaut euch mal diese Optik an hier. Das ist wirklich... Mehr... Mehr geht glaube ich nicht. Wie war das Schiefer heute? Schiefer! Schwiefer! Bestes Wetter. Heute noch nicht hingeflogen. Ich bin stolz auf mich. Das ist mein Rekord übrigens. Ich hoffe, das hält bis heute Nachmittag an. Hast du heute nicht hingefallen? Nein. Heute noch nicht. Aber wie sieht es denn mit dir aus, Kristin? Das ist ein Affe. Ey, einer muss ja die Quoten erfüllen. Stimmt, irgendeiner muss die Quoten hier offen halten. Sieht doch wahnsinnig aus. Schade, dass es nicht hier unterwand, der nicht geworden ist. Ja, das ist wirklich schade. Ich hätte mir das auch gewünscht. Ich hätte mir das auch gewünscht. Ich hätte mir das auch gewünscht. Ich hätte mir das erstmal gewünscht. Die interbeatoung. Ich hätte mir das auch gewünscht. 민ект. Kart traits.